Mr. Thursday, er möchte nicht gefunden werden. Tja, da sind wir also alle wieder. Was machen Sie beruflich? Gar nichts. Sind Sie ein reicher Müßiggänger? Verkehrt mit einer vornehmen Clique, vielleicht das Gefängnis. Kann man verändern. Warum machen Sie weiter? Eine Stadt lässt man nicht im Stich. Boom. Steh es. Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit. Ich sage nicht, dass das zutrifft. Ich sage nur, dass es danach aussieht. Er ist hier. Man weiß es nicht, dass man den Richtigen trifft. Verleben Sie sich gerade in mich? Ich wusste nicht, ob Sie leben oder trotzdem. Manchmal muss man alles aufs Spiel setzen und sich Ihnen entgegenstellen. Waffe runter. Was hatten Sie denn erwartet? Ich weiß nicht. Ein Foto seines Mörders vielleicht?